Moooooooool, hey, hallo, und auch herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Minecraft Together mit dem... Ich sag's mir, Together, was ist mit mir los, Alter? Geht gar nicht. Ähm, ja, zu Minecraft Together mit dem Doktor. Ähm, ja, und ich muss heute leider, 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 leider sagen, dass ich die Tonspur von zwei Folgen leider gelöscht habe. Ähm, ja, das ist sehr ärgerlich, und ich ärgere mich darüber mindestens so wie ihr. Und, ja, ich wollte euch trotzdem nicht das Ganze hier vorenthalten. Ich hab's zwar ein bisschen beschleunigt, aber... Ja, ist ein bisschen ärgerlich, aber grundsätzlich haben wir nicht viel gemacht. Also, eigentlich, ja, keine Ahnung, ich hab ein kleines Lagerfeuer. Also, wir sind erstmal aus der Hölle rausgekommen, und dann, ähm, hat der Doktor eben einen Comment-Block gesetzt, womit wir uns dann eigentlich immer wieder nach Hause teleportieren können. Und dann hab ich aber mal einfach nach oben gegraben. Dann hab ich dann gesehen, ja, da ist unser Feld direkt drüber. Wer hätte es gedacht? Und dann hab ich dann leid daran gemacht, dass wir immer wieder runter können. Dann, ja, kommt eben mal wieder bei diesem Portal raus. Aber das direkt bei unserem Zuhause ist nicht ganz so schlimm. Ja, das war halt drin, hab ich ein kleines Lagerfeuer gemacht, und ich hab auch auf dem Dach von unserem Haus, ähm, einen kleinen Kessel aufgebaut, der mit Wasser gefüllt, und vielleicht widmen wir uns dann ja mal der Brauerei, wenn wir irgendwo einen Gasp, äh, einen Blaze finden. Und, ja, was soll ich sonst noch sagen? Wir haben dann auch mit dem Haupthaus da angefangen. Das wäre jetzt noch das einzige, was ich hier noch erzählen könnte. Also, das neue Haus, wo es immer auf den Berg kommen soll, und, ja, da haben wir dann eben gegen Ende der Folge dann schon die erste vordere Mauer errichtet, aber sonst, ja, war eben nicht so viel Besonderes. Ein bisschen hin und her, ich wüsste jetzt nicht so, dass irgendwas Besonderes da war. Ja. Ähm, ich guck noch mal eben einmal durch die Folge. Ja, es gab auch noch einmal diesen Bug, dass der Server voll war, obwohl nur einer drauf war. Damit haben wir uns auch im Moment beschäftigt, und ansonsten war eben nicht so viel los. Und, ja, dann würde ich jetzt mal sagen, ich lass die Folge jetzt zu Ende laufen. Und, ja, dann bis dahin. Also, bis zur nächsten Folge. Und es tut mir wirklich leid, dass mir das passiert ist. Und, ja, ich ärgere mich wirklich darüber. Aber, naja. Ähm, dann kann ich jetzt noch sagen, wenn euch diese Folge... äh, gebt einfach eine Bewertung ab. Ich sag's mal so. Ähm, bin ja ganz gespannt, ob da auch noch mal was Gutes rauskommt, oder eben nicht. Weil, ja. Ist natürlich schön blöd. Aber... Okay. Ja. Dann sag ich jetzt einfach nur noch kurz bis dahin und ciao. Und dann noch viel Spaß mit der restlichen Folge. Bis dann. Tschüss! monsieur Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.